Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dankanromper Version 3 Killing Harmony. Ihr 93.WR, wir sind im vierten Kapitel angekommen und es gab schon ein bisschen hier Zoff wieder, weil der Monokuma hat hier wieder Preis verteilt und einer davon war eine Schlüsselkarte. Ich vermute, das ist die Schlüsselkarte zu der Tür in der Bibliothek, da hat sich der Kokichi geschnappt, wir haben halt derweil die anderen Orte untersucht, haben ein paar neue Labore aufgemacht. Und dann hatte der Gonta für sich entschieden, er will seine Freunde beschützen, er muss mit Monokuma kämpfen, ja. Und die anderen haben eben dann auch gemeint, wie die Mio, nee, 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 der soll hier nicht so rücksichtslos sein, sie wird uns in eine Welt führen, in der das Killing-Gap nicht existiert. Und der Kokichi, der hat sich wieder so zu weit getrieben, der meinte, hey, 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 es ist ein Spiel, lasst uns Spaß haben, hey, wenn ihr nicht tötet, dann tötet ich jemanden. Und da hat ihm dann natürlich der Kaito eine geknallt. Also da ist gerade viel los. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Free-Time. Und ich hatte beim letzten Mal, beim letzten Mal hatte ich hier mit der Himiko mich ein bisschen unterhalten und diesmal habe ich gesagt, mach ich das wieder mit der Tsumugi. Die Tsumugi mag ich gern, da ist ein kleiner Monokuma. Komm her, mein Freund, was machst du denn hier? Obtained Hidden Monokuma. Aber die, das sind die wirklich versteckt, das sind die offensichtlichsten überhaupt, die ich finden kann. So. Ja, das ist klar, dann gucken wir mal. Der, der, der Kokichi kam mir ziemlich down vor, also keine Ahnung, ob das ihn jetzt wirklich dann dazu treiben würde, jemanden zu töten. Oder ob irgendwas anderes Schlimmes passiert. Also ich meine wirklich, der, der weiß irgendwas, was wir nicht wissen, ja. Der verhauptet, weil er hat nicht die Tür gefunden. Aber wenn sogar ich draufkomme, wo das Schlüssel, wo das Tor ist für den, für den Schlüssel, dann würde der sicher auch draufkommen, der Kibur ist hier zu Mugi ist hier in der... Oh mein Gott, das passt ja perfekt, der ist schon in der Bibliothek. Hä? Er ist schon hier geschickt eingefädelt, hä? Hier, im vierten Kapitel, kriegen wir die Schlüsselkarte für die versteckte Tür aus dem ersten Kapitel. Moving Bookcase können wir da was machen. Kantaro noticed the trick to this bookcase, just like me. The only difference between me and him is that I had someone I could trust. I wonder what I would have done, if Kaida hätten been there. Ah, komm schon, du bist der Detektiv, äh, Detektiv, äh, Detektiv, äh, Detektiv in Ausbildung, du musst doch draufkommen, zum Mugi, mein Schätzchen. I wonder if Gonta's okay. He seemed like he tried to fight an Ex-Acelle by himself if we left him alone. Statt der Hangar trifft zu Mugi, weil, ja, ich mag mir aber, ich mach mal auch Sorgen um den Gonta. I wonder why Gonta's so worried about being useful to everyone. Now that I think about it, I'm way less useful than he is. Oh, you shouldn't have said that out loud. Now I'm depressed. Ah, ich soll mal was anderes reden, sei mal wieder froh. So, es könnte sein, dadurch, dass er halt so lange nicht Teil der Gesellschaft war, dass er sich halt nützlich machen möchte. Er möchte im Grund, möchte vielleicht die Zeit wieder aufholen, die er in der Wildnis verbracht hat. I spend some time sharing up zum Mugi, jawohl. Und wir machen hier ein Geschenk. Zumuri and I grew a little closer today. Would you like to give Zumuri a present? Not to us. So, ich hab allerlei Sachen, über die sie sich freuen könnte. Einmal hab ich hier dieses Set gegeben. Ähm... War das die Puppe? Hatte ich hier die schon gegeben? Suing Kids. Also ich meine, das ist ja wohl perfekt. Hä? Man kann nie genug Suing Kids haben. Und... Ah, sie freut sich. Sie ist aber... Wer ist es aber, dass ich... Wenn sie ist, ist das ein gutes Zeichen. What? Ich kann das haben? Really? I mean, no one else here can even appreciate this like I can. Gigi, what do you do when it's night time? Do you sleep right away? Hmm, was mach ich ne? Also, manchmal bin ich natürlich so müde, dass ich direkt schlafen gehe, aber sonst lese ich auch mal kein schönes Buh oder höre einfach noch ein bisschen Musik. Well, I don't really have anything to do, so I tend to go to bed right away. I did that at first too, but now I usually stay up late. 10 o'clock just seems too early to go to sleep. Ehhh, je nachdem was ich am nächsten Tag vorhab tue, versuche ich schon zwischen 10 und 11 dann im Bett zu sein. So I've been making paper patterns for my next cosplay until I get sleepy. That reminds me, you said you like making the outfits more than wearing them, right? Yeah, it's fine if other people wear them. I said it before, but... Some people have started to promote themselves more than their characters. That's why you cosplay with love. Of course, they are still cosplayers who think their characters are important. But the worst ones just use their characters as stepping stones. Stepping stones? People can get famous doing cosplay, so from there... Some people try to use that fame to become celebrities or idols. I suppose that's true. It is a stepping stone for them. Right? It's fine if they disrespect me, but I won't let them disrespect the characters. Hm. Wie müsste man das verstehen? Also, die versuchen einfach nur die Charaktere, um berühmt zu werden. Hm. Meint ihr damit so im Prinzip von, oh, sie machen es halt schnell, schnell? Nehmen halt einen Charakter, der sehr beliebt ist und damit, hey, damit steigen sie hoch und dann, pfff. Lass es wieder links liegen. Aber sie, sie ist mit Leidenschaft bei der Sache dabei. Wenn sie hier ein Kostüm macht, dann macht sie es mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Freude. So wie hier meine Videos, okay? But when I get mad like that, they just call me an Elitist and stop listening. An Elitist? Sumugi sighed, robbing her temples. This must be serious. Temples? This is, glaube ich, hier die Schläfen, oder? Vam Kopf? When people first start cosplaying, they just want to dress up as the characters because they like them. Hm. But before long, it warps. It gets more warped the longer you do it. Warped? But the feeling doesn't change, does it? Um, well, for cosplay, you have more contact with others than most hobbies. In the beginning, it's just fun to wear the outfits, but... Then you start comparing, pushing your opinions, and starting drama. And before you know it, the feeling of wanting to dress up as a character, it's replaced by a need to put in the effort to meet other people's standards. Makeup, recolor, contacts, whatever you need to make it perfect. Perfection isn't such a bad goal, though, is it? Nah. Ich vergleiche das ein bisschen hier jetzt mit meinen Let's Plays, ja, mit den Videos machen. Natürlich, ich versuche dann schon, gewisse Leistung reinzubringen, aber wenn ich halt immer auf, wenn ich versuchen würde, es perfekt zu machen, dann würde ich mir ja selber umso mehr Stress machen und ich sollte einfach mit Freude und Spaß bei der Sache dabei sein. Dann kommt, wenn ich nämlich dann schön wirklich dabei bin, oder egal, bei welchem Hobby man ist, wenn man dabei ist und man Freude hat, dann kommt auch was Besseres. dabei raus, als wenn man sich selber unter Druck setzt und denkt, oh, das muss jetzt was werden und dann ist man noch, dass man vielleicht umso mehr enttäuscht, wenn es nicht so wird, wie man es sich vorgestellt hat. Manchmal kommt es halt anders raus, heißt aber nicht, dass es gleich schlecht ist. Der Problem ist, sie starten zu machen von jemanden, der es nicht perfekt ist. Natürlich, ich glaube, ihr solltet ihr hart zu machen, aber es ist immer mehr wichtig zu fühlen, dass du dein Favorit Charakter zu sein kannst. Das ist deshalb, ich möchte nicht jemanden einfach zu sagen, dass jemand einfach zu Das Gefühl muss sein, was du den ultimatorischen Cosplayer macht. Oh, sorry, das war nicht nur bürgerlich. Es war auch ziemlich schwer, oder? Dann denke ich, dass das alles Cosplay ist, okay? A lot of things about it are just plain fun. Next time I talk about those things. If you want to, of course, if you want to, of course. Ah, so, Movi's Reborn-Kartas been uploaded. Das war jetzt. Das war schön, habe ich jetzt auch wieder so einen Einblick in die Welt des Cosplay-List bekommen, was ja auch wirklich viel dahinter steckt. So, Movi and I parted ways and I returned to my room. Na schön. Kann ich jetzt zwischendrum Pause machen? Ich würde gerne einen neuen Eintrag lesen, wobei das, was ich jetzt lesen kann, ist ja im Grunde nur das wiederholt, was sie gesagt hat. Hoppala. Es gibt noch einen Moment. Oh, ich kann noch jemanden suchen. Na, die sind nicht. Äh, ja, wen nehme ich denn da am besten? Versuche ich noch mal, der... Versuche ich noch mal, der Chemie, wo mein Geschenk... Ich glaube, ich schaue mal nach... Wobei, ich könnte nach dem Runter schauen. Es ist halt nur die Frage, ob ich etwas habe, was ihm gefallen könnte. Ähm... Moment. Das ist die Kraft auf der Scherze, der Black Onyx, der Samyx, der Club Good and Both Men... Kafflings! Oh, Moment. Jetzt macht man sich so dran, dass man hier schick, 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 wick aussieht. Oh, der Gentleman, Gunter! Wie wär's denn damit? Das wär doch ein Geschenk. Yo! Alles klar. Gunter, mein Alter, wo bist du denn? Ähm... Gunter, Gunter, wo steckst du? Ähm... Kann man zu bestimmten Orten gehen. Na, Gunter, Goku, Hara. Gokuu? Hara? Moment. Gokuu? Ja, ich weiß wie Son Goku, der König der Affen. Aber Hara? Hara ist, glaube ich, immer nur so eine Insel, oder? Hm. Gunter, now he's the tiny bug other day. Why'd not come out today? Should they hang out with Gunter for a while? Yes! Oh, Gunter should set up bug bait. Gigi, can you, can you come help Gunter make bait? Mit was köder man denn hier... Insekten hier mit... 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 Zucker, oder so was? Spend some time hunting bugs with Gunter. Da war doch grad ein W-H-E-W-Wenn gewesen, oder? Das hab ich gesehen. Gunter and the crew a little closer today. Would you like to give Gunter a present? Definitely. Für den schicken Ananzug und ein paar Kaffelings. Einmal hab ich ihm ja eine Krawatte gegeben. Und freust du dich? Yes! Gentlemen wear small trinkets like this. Gunter must remember that. Gunter's still not used to gentlemen clothes. That's very helpful, Chuichi. Bitte schön. Thank you, Chuichi, for inviting Gunter again. There are no bugs here, but Gunter enjoy Chuichi's company. Now that you mention it, isn't it a little strange that there are no bugs here? Hm. No matter place, should always be bugs to find. It doesn't have to be a lot of bugs, like in Gunter's forest. You were living in that forest for 10 years, right? Yes. Forrest's family take care of Gunter. That's right. You mentioned a family of wolves. Hm. Gunter? Something wrong? Sorry. That was a lie. What? A lie? Gentlemen, don't lie. Gunter knows that. Gunter don't wanna lie. But... But... Gunter have to lie. For forest family. Gunter very sorry. For your forest family? Ach, so. Ach, der war gar nicht bei Wölfen gewesen? Wer war's dann? Es waren die Yetis. Uh. Gunter will tell truth. Will she actually listen to Gunter? Oh, jetzt bin ich gespannt. Of course I will Gunter. So, Gunter actually raised by... Reptiles. Meinst du Reptiles? I'm sorry. Dinosaurs not go instinct. Dinosaurs became dinosaur people. Reptiles. Okay, is this now your truth? He was taken from... Dinosauria... ...Menschen? Reptiles live alone. Deep in forest. They raised Gunter. Really? Uh, then why lie about the wolves? They told Gunter to keep secret. Sad bad things happen if humans know. Oh, yeah. Die hier mit den... ...Menschen, die das hier glauben. Reptiles and humans fought long time ago. But Reptiles lost. And humans became dominant species. And Reptiles not wanna fight anymore. Ah, that's... That's quite a story. B-but Reptiles very kind. Reptiles raised Gunter as their own. Teach Gunter to survive in forest. The story is literally incredible. But this is Gunter. He wouldn't make up the story. Da hat er recht. Ich glaub's dem... Ich glaub's dem irgendwie. Weil es macht irgendwie auch ein bisschen mehr Sinn, warum er jetzt... Weil wenn er jetzt bei Wölf und Wölfen aufgezogen wäre, könnte er hier überhaupt nicht reden. Aber da er jetzt halt ne gewisser... Schon eine gewisse sprachliche Fähigkeit hat, muss es ja so sein, dass er von jemandem aufgezogen worden ist, der aufsprechen konnte. Ah, but Forrest's family not Gunter's only teacher. Gunter have other interesting experiences. Ah, another one? Ah, and another one! Strong Guy came to the forest one day, to fight Gunter, he say. And Strong Guy just first of many. The first of many? They all came to fight you? They all come to fight Gunter, in honorable one-on-one battles. Gunter not understand why, but they say they come to find worthy opponent. That sounds like a video game. Gunter happy to meet so many people, learn so many things. Gunter shocked most by... Man from India, who breathed fire. And another man from Japan, who charged Gunter with flying headbutt. Irgendwie hab ich das Gefühl, das ist ne Street Fighter Anspielung. Gunter also fight professional wrestler. Red Cyclone. Him so strong and cool. That definitely sounds like a video game. Gunter faced all challengers. Focus only on fighting. Too much growing that... Too much growing that day. Gunter think now, he probably coulda made friends with them. A friendship born from battle. I suppose it can happen. Hm. Chuichi, you listen good to Gunter's story. Of course I would Gunter. I'm glad you told me. Everyone else make fun of Gunter. Call Gunter liar. It is a suspicious story, but Gunter is a good person. He wasn't being malicious. They were wrong to do that Gunter. I know you wouldn't lie just to trick people. Chuichi! Chuichi is a good person. Gunter wants to tell you more stories. Oh my god. Wenn ihm jetzt wirklich irgendwas passiert, ja? Wenn der jetzt den Monokuma herauswundert, der wird bestraft. Oh. Das wird mir wehtun. Ich sollte nicht den Teufel an die Wand machen, aber ich habe das Gefühl, es könnte wirklich passieren. So wie sich die Story entwickelt. After listening to Gunter's Forest Stories, I return to my room. Habe ich immer noch Zeit? Oder ist die Zeit vorbei? Kommt die Durchsage. Was passiert jetzt mit Monotaro und, äh, und der Monofani? Hm? Ehe Probleme? Ding dong bing bong, baby! Oh, ja. Ehh. Ehh. This is an official announcement from, ehh. What's this place called again? Huh? What time is it right now? I forgot. Oh Gott, eigentlich habe ich immer alleine gewesen. Ich habe das auch vergessen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich fühle mich, als hätte ich jemanden sehr wichtig für mich gehabt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich wusste, er ist hauptsächlich ohne mich. Poor Monotaro. Okay, Zeit um zu trainieren. Kai-Ton und Maki sollten in der Kirche sein. So, aber vorher mal ein bisschen abschweigen. Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen mehr Freundschaften weiter vertieft. Das ist ja schön und gut. Aber ich habe das Gefühl, demnächst wird wieder etwas gravierendes passieren. Und ich rede hier nicht nur von der Gravitation der Erde. Na, Kibo. Zumugi. Geht ihr hier auch in Pflicht nach von der Schülervertretung? Joichi. What's the matter? I recommend that you return to your room, as the nighttime announcement was played. Ah, yes. After I'm done, I'll head straight back. Yes, please do. Another murder could occur if you're out of your room at night. That's right. I don't want to think about the killing game starting up again. Kokichi said all those unsettling things earlier. Kaito may have silenced him at the time, but I can't imagine Kokichi being so easily straight. But Kokichi is never serious. That was probably all his idea of a joke, right? He may have been joking. He may have been serious too. It is very difficult to determine the sincerity of his statements. I never have any idea what he's thinking. That's what makes him dangerous. Either way, we should not let our guard down. Another murder should not occur as long as we all stay vigilant. Here. Let's do our best. What are you doing, Zumugi? Oh, Chuiichi. Nothing really. That announcement played when I was going back to my room. It would have been fine, if they just told us the time. But why would it have to be so melodramatic? I don't know. But it's definitely too much. I'm more concerned about the moral implications. And the Monocop's siblings. But then... How could they have such an inappropriate relationship with each other? Uhm... The Monocop's are bears, right? I don't know if human morals apply to them. ... Or actually, I guess they're robots, not bears. So you're also a robophob, Zumugi. You're the one who brought it up, Kibo. Hmm. Your persecution complex is a bit over the top. It's very nice to see. You're the one who has no idea. It's very nice to see. You're the one who has no idea. It's very nice to see how to look. It's very nice to see you. What's wrong? Are you not feeling well? No, I'm fine. My stomach just hurts, is all. Hey, for today's training, instead of exercise... How about the three of us just talk? Huh? Talk? About what? Stupid. Stupid. Nobody decides what they talk about before they start. Well, let's go find somewhere to sit. Kaito picked a random spot in the courtyard and we all sit down. Others are small talk, huh? So, what are we gonna talk about? Didn't you just say, we didn't have to decide that? Come on, man. That was just a joke. Um, alright, then. Let's just talk about Maki. Me? What about me? You know, like, general stuff about you. There's a lot of stuff we don't know. So, for example, what blood type do you like? Hey, bist du Vampiren, oder was? What blood type do I like? Don't you mean, what's my blood type? Hm? Did er say something weird? Bist du ein Vampir, Kaito? Uh! Deshalb will er immer... Und deshalb will er immer nur in der Nacht trainieren. Uh! Well, whatever. Hehehehe. Eh. Kaito, du bist ziemlich schlecht. Dann hast du etwas. Was ist deine Frage für sie? Am ich ein guinea pig zu ihr? Ich habe mich überrascht. Wenn du dich erst kennengelernt hast, du sagst du warst der Ultimate Child Caregiver. Warum war das? Schuichi, das ist way zu direkt. Du kannst einfach nur zu der Chase sein. Ah, wirklich? Sorry. All right then, let's play it safe and ask about your favorite spaceship. I grew up in an orphanage. Hm? I don't know anything about my parents. They were gone before I can remember. Buckley slowly began to tell us her story. At the orphanage where I lived, the older kids had to take care of the younger ones. Because of that, I started looking after the younger ones. I see, so that wasn't a lie then. For some reason, it's like me. But I'm not particularly fond of taking care of them. Maybe that suits you better than being an assassin. It's not a matter of whether it suits me or not. I never had the right to choose from the start. The right to choose? Yeah, good question. Wurde sie jetzt hier irgendwie dazu gedrängt, eine Assassinen zu werden? When I was around 10 years old, these strangers started visiting the orphanage. At first, they seemed like normal, kind men. With smiles on their faces, they watched the kids play. But the man never approached them. Thinking back on it, I'm sure they were scoping out our talents. They were scouting for assassins? And that's where you were picked? I didn't want to go, but I heard they would donate a huge sum of money if I did. I remember thinking that I had to go, but that was the beginning of hell. Ah, there wurde wahrscheinlich einem besonderen Training unterzogen, hm? Ever since that day, I trained to become an assassin. I think I had some natural talent to begin with, but I worked incredibly hard as well. If I couldn't keep up as an assassin, the orphanage would no longer receive funding. And then, I wouldn't have a purpose in life anymore. Training was difficult. I vomited every day and cried every night. But after vomiting and crying over and over again, my heart gradually became empty. Eventually, I got used to it. It was the same after my first job. For a while, I couldn't eat or sleep. But after doing this for such a long time, I felt numb. There were times I wondered why I had to kill these strangers. But I eventually stopped thinking about that. I adapted to the lifestyle of killing people, of stealing their lives, and of being a horrible person. Even to this day, I think the same thing after I finish a mission. What is it? What would I have been like if I stayed at the orphanage? I still think about that. All the time. Maki sighed deeply after bearing her soul. They really seem to open up more and more. I mean, if they reveal their life history here. That's all. It wasn't an interesting story to listen to, was it? Interesting? No, Maki. That was… The burn you've been carrying all this… Geez. You're carrying too many burns for someone so small. Well, I could say the same to Chuichi. Really? Don't try to shoulder everything on your own. You gotta trust other people. Once you're able to share your burns with your friends, then you'll be stronger. Well, if Maki role was able to talk this much, it'd mean she's gotten a bit stronger already. Hmm? It might be thanks to the training. Well, obviously. My training is based on a systematic method. That's… Kind of vague. Ugh… I like this… I like this… I like this… These three. Hmm. We spent a long time talking about whatever came to our minds. Most of it was meaningless conversation, but… It might have been the first time I was able to actually have fun and forget this place. To protect my friends. I need to reveal the truth of this academy. I need to face the truth and reveal it to the world. I have to… To keep my friends alive. Ohhhhh… 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 Was ist das jetzt? Zähnenwechsel, Monokuma trifft sich mit Kokichi, was denn jetzt los? Is white halfs whiter than fleshly made wise? Is black halfs blacker than the darkest night? It's Mono 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 Kuma! You actually came? Hmm, so I guess I'm allowed to do this, huh? Is it really okay for me to talk to you in private like this? Technically, it's not a rule violation! Besides, I can't pass up an opportunity to make the killing game more exciting! Ah, now the cookie tool has any idea for the killing game, huh? Right? I was thinking the same thing! This fun and vicious killing game is the only thing on my mind! If that's sad, you're not even gonna try and use that motive. Haha, you don't get it. A crazy motive like this should be used in a more dramatic way, no? That's what I've been thinking, so I tried coming up with ways to use it. Er weiß also doch, er hat also doch die Tür gefunden, er hat reingeschaut und er weiß was das Motiv ist, er will es aber anders nutzen. And I finally came up with an idea, so this is my proposal. A certain someone is planning something interesting, so if we use the motive there, then I think that would really spice up the game. So, are you in? So, are you in? Of course, I am the ultimate supreme leader, you know? I will drag this world into the pits of terror, using my villainous power to commit evil. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Monocomacator. That is from back into the future. You can trust the dishonest man to be dishonest. It's the honest ones you wanna watch out for. Cause you can never predict when they're gonna do something incredibly stupid. It's honestly easier to go through a lie without telling a thing a lie. Which means, honest people are just lazy jerks who'd rather go through life. By the way, the reason trend of encouraging honesty is actually a lie. You see, it's better for lies if there are more honest people in Loretto the safe. They've been lying about that trend though there can be more stupid honest people. But that might be a lie too. DING DONG BING BONG Werbe? Well, we are done again. Hello? This is an official announcement from the Ultimate Academy. Es ist jetzt 8 a.m. Wo ist er? Er ist wohl mit einer anderen Frau, ich bet. Aber das ist okay. Als er es glücklich ist, ich bin mit dem. Vielleicht nicht heute, aber ich werde heute auch glücklich sein. Was? Darling, was ist das? Monofani, ich... Finally remember! I need you, Monofani! Too convenient, huh? I know how only you hurt you more by saying stuff like that. I'm sorry for everything. Goodbye. Wait, you silly man. Huh? My goodness, your body is coming apart. You really can't do anything on your own. Alright, come here. I'll throw you back up. Thank you, Monofani. Thank you. Thank you. I hate you crying. That's so not like you. The end? What? The end? What the hell kind of ending was that? And that was way too long for an announcement. Well, I need to go to the dining hall. Ahh... Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch. Natürlich jetzt nach dieser... Nach dieser Sache mit Mono, Kuma und Kokichi. Was haben sie hier geplant? Ich schwöre, es hat irgendwas mit Gonzo zu tun. Weil irgendjemand hat was vor. Wer wird das wohl sein? Wenn man hier... Nur... Dann schauen wir mal, wen wir auf dem Weg zur... zur Cafeteria... Fin... Ein kleine, schöne, kleine Frühstück, ne? Da ist... Keito, mein Liebster! Wie geht's denn so, hä? Ja! Good morning, Keito! Oh, hey, bro! Perfect timing! Can I get your opinion on something? Hä? For what? Well, it's about our training. Like I said before, my training is based on a systematic method. But I feel like something's missing. Wie wär's mit dem Training? You do? We've only done sit-ups and push-ups so far. Even if I don't need it myself, in order for you two to grow. I feel like we should add something like martial arts or some kind of mental training. Now that you mention it, I do have a practice sword. Oh, good idea! Practicing with those will be a great training exercise! Moment! Ist das jetzt dadurch, weil ich diesen Gegenstand behalten habe? Ah! Alright! Let's not wait till night! We're gonna do the special training as soon as possible! Would you like to go with Keito? Yes! Alright! I got it! It's decided! I bring Markyroll, so let's meet at the usual place! But first, breakfast! I'll see you there! Ahhhh! Also, das haben sie gemeint mit, oh, wenn man bestimmte Gegenstände behält, kann etwas passieren. Genauso wie ich ja mit der Himiko dieses Training gemacht habe. Und ich glaube, das ist nur dadurch zustande gekommen, weil ich diesen, entweder war es weil ich den Trainingsanzug oder weil ich diesen schwarzen Gürtel behalten habe. Eines von beidem. So! Hm? Wo? Wo? Da links ist jemand! Ah, wenn man von dem Dingle spricht! Gute Morgen! Good morning Himiko! Nah, it's your Chichi, this morning was very unfortunate. Hm? Did something happen? What are you saying? The Monocops drama ended. Monotaro, welcome to laugh! Es sah wie eine neue Entwicklung, aber dann war es über den nächsten Tag. Ich dachte, es wäre vielleicht so, dass Monofani ein Baby in ihrem Stomach hatte. Und es wäre eigentlich ein Kind eines der dead Mono-Cups. Es waren die Art of melodramatische Twister und Turns, die ich erwähnt habe. Ich bin nicht sicher, es würde viel Spaß sehen, eine Melodrama wie das. No, no, das ist typischer Daytime Soap-Opera-Stuff. Next, sie wird die Röste, dann BANG! ZOOM! Was die hell ist sie über? Well, wenn sie es schon über ist, dann ist das. Ich habe meine Regen und mich überrascht. Das ist meine neue Weise zu leben. Himmikou, du kennst auch viel über Soap-Operas? Früher habe ich das mit meiner Mutter hin und wieder geschadert, also solche Liebes-Sendungen. Ich habe das nicht selber weiterverfolgt, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Wo sind Mio und Kokichi? Ich verstehe, warum... Ich verstehe, warum Kokichi ist da, aber wo ist Mio? Sie ist wahrscheinlich mit dem Computer auf der 4th-Floor. Oder sie ist in ihr Lab, auf einer anderen Invention. Ich habe viele Half-Bild-Machines in der Lab, wenn sie performen Maintenance auf mich. Well, Messing with Machines and Computers is about all she is good for. What could she be up to? Gonta, was wrong? Gonta is still thinking since yesterday, how can Gonta be useful? Gonta ist nicht so schwer, aber Gonta kann nicht so viel denken. So, frustrierend. Okay, aber du musst nicht so schade machen. Besides, es ist nicht nur du. Es ist nicht nur du. Das ist etwas, wir alle müssen denken. Wir alle sollten denken, was wir tun können, um zu leben. Use your self-destruct system to save uns. Das ist how Robots make themselves useful. Even though that is true, at least hesitate before you blurr out something like that. Aber du admitest, es ist true, he? Hatten Sie das die Chance, Klopf? Ich will auch immer denken, wenn ich eine gute Idee habe. Ich werde euch sagen. Jetzt ist das, jetzt ist das fertig. Lass uns essen. Wenn du nicht gut essen möchtest, kannst du nicht gut denken. Also lass uns essen. Wir haben am Essen zu essen und dann zurückgekommen. Wir mussten uns alle zusammenarbeiten. Wir mussten uns alle zusammenarbeiten. Wir waren komplett unabhängig, dass ein unspeakable Malice was brengt. Oh, das riecht. Ich rieche schon. Wieder Freetime? Ich habe Training mit Kaito. Ach stimmt ja, das ist Schwertkampf. Er hat den übrigen Platz. Ich will ihn in der Karte. Da machen wir das jetzt noch. Schön schön. Oh, da bist du, Prof. Ich war überraschend, wenn du ein spezielles Kind von Training konntest. WELL? Du hast das Ding, das wir brauchen für unser neues Training, richtig? Neue Training? Test es hier. Hier. Hier, aber... Is it usable? Ist das ein Praktis-Sword? Warum würdest du etwas wie das? Huh? Warum machst du such a disgusted face, Marki Roll? Ah, das richtig. Marki... So you didn't tell Kaito yet? When I first started working, I botched a mission with a katana. Since then, I decided not to use swords. Oh, I see. Don't make that face. I know you didn't mean any harm by it. No, it's my fault for making you remember something that makes you feel bad. Alright, tell us about it now. I'll listen to all of it. Huh? It's difficult to talk to people about your failures. I get it. But didn't I tell you? Being able to share your burdens with others, that's how you get stronger. Don't hold onto your past forever. You gotta confront it to move on. And I'm gonna help you with that. What are you saying? You're ridiculous. Anyway, that failure doesn't bother me anymore. But I don't mind talking about it. Just be warned, it's a boring story. Hmm. Before, she would have just told me to mind my own business. Marki has changed a lot since then. When planning an assassination, you need to gather detailed information first. You need to know the target, the schedule, movements, friends and acquaintances. For this particular target, he normally worked late into the night. But when I looked further into his schedule, I found out he was into some nerdy hobbies. Nerdy hobbies? You mean like, Tsumugius? Yeah, just like her. He especially liked cosplay. Cosplay? He said he didn't have to be dressed here. Never in a million years would I imagine hearing cosplay from Marki's mouth. So while I observed my target's private life, I thought of a good plan to get close to him, by concealing my weapon. How? A prop carrying case. What's that? How's it different from a normal carrying case? Tsumugi would know. It's a specially made carrying case for cosplay props. It can accommodate large props, so it's convenient to carry around. So I placed a katana into the carrying case and made my wolf. But then, the people around thought I was a cosplayer, and something odd happened. What happened? On that day, they were holding a cosplayer event in the same hall the target had gone to. Unfortunately, I had the same height and hairstyle as a popular character, who also carried a katana. They thought I was cosplaying that character. So I got tracked into a hall by a group of excited people with expensive cameras. They almost saw the weapons I had in my case. If they had, they would have found out my katana was actually real. Sounds like a close call. Hahaha, I was wondering what this serious failure of yours was going to be. Yeah, honestly, it was much cuter than I was expecting. Don't laugh. For me, it was very serious. I was branded as a failure, because of something so stupid. If they didn't donate to the orphanage anymore, then it would have been the end. Ah, you're right. Yeah, you're right. That's not funny. I'm really sorry for laughing. Yes, me too. Sorry for laughing, Maki. You don't need to apologize. I'm not mad. Maki turned her head to the side with a pout. That expression on her face, opening up to us with her stories. I never could have imagined this. My impression of her has changed yet again. There's still so much I don't know about Maki and Kaito. I hope Maki is right. We can learn more about each other after we get out. No, we will become friends. We will definitely get out of here. After a bout of training with the sword, I return to my room. Level up! Ah! What to do? What can I do? The only thing I am good at is solving mysteries. But I can figure out this academy. And then have many clues. But that's not excuse. Free time start! Ansonsten... Vielleicht mit der Maki. Also... Der möchte ich mich auch ein bisschen besser noch verstehen. Aber gut. Wenn Ihnen meine Damen und Herren diese Ausgabe von Danganronpa-Versions Re-Killing haben Ihnen gefallen hat, lachen Sie es mich bitte wissen. Wir sind uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin sage ich, der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And... Goodbye. Bye.